Guten Morgen, Grexit People! Wo auch immer ihr gerade seid, im Auto, am Weg zur Arbeit, mit dem Hund spazieren, oder ihr kommt gerade von einer Trainingseinheit. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und bei uns reinhört. Wir freuen uns immer über Wünsche, Anregungen und Beschwerden. Und viel wichtiger noch, unsere Mission ist es, unseren besten Content for free rauszugeben. Das heißt, schaut uns unsere YouTube-Kanäle an. Wir haben wirklich coole Playlists zusammengestellt mit Workouts, Daily Challenges, um einmal auszuprobieren, ob das überhaupt was ist, was wir da so machen. Vielen Dank fürs Reihenwohnen. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Review hinterleistet oder einfach ein paar nette Worte. Schönen Tag. Du bist das Problem und das ist auch völlig in Ordnung. Was heißt das? Und das trifft in allererster Linie natürlich auch auf mich selbst zu. Das heißt, ich bin mein größtes Problem. Aber nicht auf eine selbstzerstörerische Art und Weise, sondern der Veränderungsprozess. Wenn ich möchte, dass sich etwas verändert, muss ich damit beginnen. Das klingt jetzt so leicht gesagt. Aber in der Praxis ist es nicht schwierig, weil man sucht andere Faktoren, Gründe, warum irgendwas nicht funktioniert, zu viel Stress, zu viel XY, was auch immer. Was ich gerne verändern möchte, ist, dass man sich zumindest nicht selbst belügt, wenn man versucht, seine Probleme auszulagern. Ganz egal, ob das zum Training in ein Gym gehen ist, wo ich quasi versuche, meine Probleme an den Coach auszulagern und der soll sie dann für mich lösen, was natürlich nicht funktioniert. Warum funktioniert das nicht? Weil der Veränderungsprozess immer von mir selbst ausgehen muss. Ich kann das so tun, als ob ich das jetzt pushen würde und so weiter. Aber wenn ich das nicht will, dann werde ich das nie erreichen, was mir eigentlich so vorschwebt. Das heißt, ich kann mich von jemandem anschreien lassen, dass ich nicht aufhöre. Aber lustigerweise ist da immer ein Unterschied, ob ich die 200 Meter jetzt beende, wenn mich jemand anschreit oder ob ich das selber machen möchte. Und natürlich ist es am Anfang nicht leicht, das selber machen zu wollen, weil es in der Muckis wehtut und es unangenehm ist etc. Und dafür ist der Coach da, dass er dich durch diese Phase durchbringt. Aber nicht, dass er dich in jedem Training quasi durchs Ziel schleift. Es gibt halt leider, da wische ich mich auch auf ganz dabei, es gibt halt heutzutage ganz viele Möglichkeiten, sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Egal, ob das Social Media ist oder sich über andere aufregen oder ein Problem sehen, wo ich nicht Herr der Lage bin oder Frau der Lage bin. Aber unser erster Gedanke sollte auch immer sein, was kann ich tun für mich, um diese Situation zu verbessern? Und vielleicht nicht, warum ist es mir nicht möglich, alle diese äußeren Umstände zu finden. Ich glaube, wir können wahnsinnig viel selbst ändern. Ja, ihr wollt es beginnen zu trainieren. Ihr nehmt euch vor, fünf Stunden die Woche. Vielleicht beginnen wir mit zweimal zehn Minuten die Woche. Das ist Individualität, das gibt es bei uns. Grexys und alle, die noch Grexier werden wollen. Vielen Dank fürs Reinhören. Das war unser Erfolgsfest. Ich hoffe, wir haben euch eine kleine Gedankenjause für den heutigen Tag mitgeben können. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine nette Bewertung da lasst oder einfach auch einen netten Kommentar oder uns eine Frage schickt. Wie immer an greggatgregsgym.com. Hier einfach reinsteigen, auf allen Social Media Kanälen oder mir direkt schicken. 0664 84 85 928. Wir haben einen richtig geilen Gratisscheiß, der richtig gut funktioniert da draußen. Get Grexier Challenge für zwei Wochen ausprobieren. YouTube Playlist durchschauen. Ich wünsche euch was. Let's get Grexier. Let's get Grexier Challenge für zwei Wochen ausprobieren.